Heute war es ein Pech für mich. Die Quali habe ich geschafft. Beim ersten K.O.-Bewerb hat es mich leider zwei Mal aus der Clips rausgehauen. Ich bin zwar zur zweiten ziemlich knapp zugekommen bis zur Ziellinie, aber es hat leider nicht gereicht. Die Quali ist einfach weitergekommen unter den besten 2.30. Aber das gehört dazu und haben das Beste draus gemacht, glaube ich. Beim Start ist das Wichtigste, dass du gleich als Erstes da vorne bist und dann hast du die Kontrolle über alles. Ich habe den Deckel zugemacht und dann habe ich einfach gleich mehr gedruckt, was ich gehabt habe. Wir haben richtig viel Spaß und wir harmonieren richtig gut gemeinsam. Wir helfen sich gegenseitig und wir sind ein super Team. Man ist nervös, man will das unbedingt und man schaut, dass man das Beste draus macht. Es kann immer alles passieren und die anderen schlafen auch nicht und es ist schon der vierte Tag. Da brennen schon die Füße ein bisschen, aber wir werden das Beste geben. Es geht in allem voll.